Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und damit einen wundervollen guten Tag meine Damen und Herren. Willkommen zum VR-Freitag. Freitag? Freitag! Grammatikalische Katastrophe, aber sonst... okay. Denn ich habe mich erneut mit Oculus zusammengetan und heute mal das gespielt, wofür VR-Games gemacht sind. Und zwar Horror. Das bedeutet, wir haben effected gezockt. Und wenn ihr selber Bock habt auf eine VR-Erfahrung, dann schaut ganz einfach in die Beschreibung. Da ist alles verlinkt. Und jetzt gibt's Horror in eurer Face. Horror! Hoch! Horror! Hoch! Kreise! Auf meine Auge! Warte, jetzt! Drück! Das ist der dritte. Ja! Wow! Oh, das ist in meinem Face! So. Ich bin effected. Loading! Okay, das sieht übergeil aus. Optisch... Bin ich überzeugt noch, wenn ihr ein bisschen schlecht ist. Okay. Ich kann nur gucken hier, oder was? Boah! Du musst doch nicht so laut die Tür zu machen! Du musst doch nicht so laut die Tür zu machen! Kann man die hell auch machen? Guck mal. Oh, okay. Ich muss das nicht hell auch machen. Wer bist du denn? Hä? Ich habe nicht rausgekriegt, was das Ziel dieses Spiels ist. Oh mein Gott! Okay, ich habe das Ziel rausgekriegt. Das Ziel ist, behalte deine Hose so trocken wie es geht. Ich atme das gerade übevoll. Ich muss kurz rutschen. Also, entweder das Spiel sieht ich nicht. Ich bin einfach nur Käpt'n Schweiß. Okay, okay. Okay. Ja, ja, was? Was möchtest du mir sagen? Die Tür da oben ist auch gegangen. Okay. Hier hat jemand die Couch nicht ganz hoch geschafft vom Umzug. Hier ist in Ordnung. So eine Couch ist auch schwer. Hier ist anscheinend alles mit Bewegungssensoren. Nicht sehr gut. Sehr gerecht. Sehr behinderngerecht. Gut. Oh mein Gott! War er doch gerade am Tisch? Okay. Hallo. Bin ich hier richtig? Oh, okay, 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 okay. Das ist unrealistisch. Boah! Okay. Sehr gut, gleich noch wieder. Wieso sind das immer Psychologen, die hier so krass sind? Hä? Wenn die Puppe jetzt aufsteht, ne? Dann heulich. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man in einen Flur geht und dann einfach so zwei ganz kleine Augen sieht auf dem Boden. Du hast keinen Kopf? Ah, da kann ich keine Augen sehen. Dann ist gut. Die Lochrisen waren auch hier. Ja. Oh, ich weiß nicht. Die Tür geht auch in der Probe wieder zu, oder? Okay, das ist nur ein übel lauter Kranzer. Oh, was bist du denn? Oh, nee, 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 nee. Oh, ich mein Helmut hier überlaut. Oh. Ah. Oh, das schlägt ja kein Sau, das ist tolles. Nee. Nee, nee, das... No, you don't. Ich hab' sie ganz kurz gesehen. Oh, Leute. Sharko. Ist auch hier, Leute. Na toll. Die CDU. Oh, wow. Oh, du bist doch übel dumm bist du. Das war doch nicht nötig. Oh, gut, Leute. Wir haben's geschafft. Wir sind in der verbotenen Abteilung. Wah! Oh, ist die hoch? Holy shit. Ich kann die Leute nicht erkennen. Wah! Oh, ich hasse Bücher. Okay, jetzt ist das wieder. Sehr gut. Ich will da nicht hin. Mit der kann ich doch wieder nicht reden. Du willst mich doch wieder anschreien. Ah! Muss ich jetzt aufgucken? Dann werde ich nicht überrascht. Puh! Oh mein Gott! Alter. Wir werden nie wieder ins Kino gehen. Das ist ja überrascht. Was macht ihr? Das ist das ganze Kino kaputt. Chaos. Oh, tja, tja, tja. Okay, ja. Okay. Okay. Alle sehr hoch. What the fuck? Oh! Nee. Okay, geil. Hier bist du auf jeden Fall auch schon mal hier. Du siehst eigentlich noch relativ haumlos aus, wenn ich hier bin. Eins, nice, okay. Nimm mich. Ja. Also es ist doch Mori hinter allem. Weil du bist halt nicht schön. Was? Ah! Oh! Alter. Sorry, ich fahr dir weg, ne? No matter what. Ich nicht. Ich bin gestorben. Aber es ist ja ein guter Senk, oder? Ja, das war schön. Aber hier sind... Schweißperlen. Es ist keine Auge mehr. Ja, das ist... Ich mach es auch. Wow, ist das nass. Das war so traurig. Auf Wiedersehen.